Junge, das nervt mich hier alles. Was ist mit Unge? Wo muss ich denn hin, Ungespielt? Wo muss ich denn hin, du plackgesichtiges Fakze, Kind, ey. Warte, ich komm mal einfach zu dir. Ja, ja, ich mach das richtig. Jetzt springst du hier nach unten. Hier. Das ist eigentlich offensichtlich. Okay. Es war bares. Nicht nach links, alles. Nicht nach links. Links ist wie ein Fake-Weg wieder gewesen. Da durfte ich auch schon einmal rein. Liam, du nimmst auch alles für bare München, ne? So, haben wir es jetzt hier geschafft? Ja. Ja. Boah, ich merk halt wie der Schiss in meiner Hose so richtig hochkommt. Einfach nur, ey. Die sich langsam mit den seinen Damen. Folgendes ist auch jedes Mal das Gleiche, ne? Bücherregale, immer diese Sprünge hier. Um die Ecke. Es ist so boring. Einfach nur. So boring. Ja, ist ja auch einfach so. Das ist jedes Mal der Gleiche. Ich glaub wir sind falsch, oder? Da? Ne. Hier geht's doch lang. Okay, man kann ja springen, wie man möchte, ey. Keine Ahnung. Ach so, hier. Hier, hier, hier. Hier, wo? Ne, scheiße, das war falsch. Oh fuck. Oh mannnn. Oh mannnn. Oh lol, ok, hier hin. Ach ne, ich bin richtig. So, ein bisschen kompliziert hier. Ich will die ganze Zeit Gas geben, Gas, Gas, Gas. Nein! Oh, der hat mich genutzt, ey. Oh mann. Bist du gegen die Decke gekommen? Ja. Ja, genau, da hab ich auch in der Fall gefangen. Hehe, dann aus, hehe. Weißt du, da war so ein... Einfach nur ein... Einfach nur ein schräger Schwung nach dich rüber. Ja, ja, genau. Und dann... Dann hab ich natürlich... Voll nicht zu viel. So boring. So boring. Ja, damit hat er uns aber überrascht. Heiß Hanno, alter. Was willst du denn? Ich hab überhaupt nicht gemacht. Ich springe aber überhaupt nicht... Hast du überhaupt gar nicht nach rechts. Ein Nager, ne? Du bist doch ja so richtiges Nagerkind. Ja, lach nicht. Okay. Wie geht's denn jetzt hier lang? Ja, siehst du, und jetzt noch dumm fragen, ne? Du bist immer wieder die richtige, ne? Du kannst langen, wo du möchtest, ey. Keine Ahnung. Ne, es gibt nur einen Weg. Ne, es gibt zwei. Ich bin grad zwei verschiedene gesprungen. Echt? Da kann man zum Beispiel langen. Da wollte Sano gerade langen streiten. Also ich bin genau jetzt hinter dir. Und ich bin jetzt hier, genau, und dann wollte ich da rüber. Und das ging ja aber anscheinend nicht. Doch, es geht. Ich bin hier raus jetzt gestanden. Ich auch. Der Sano ist dann hinter dir. Weil es ist auf dem Weg runtergefallen. Ach, das ist mir irgendwie zu easy. Ich glaube, ich war Verlust. Nicht wirklich. Was ist das hier für ein Jugendraum? Ich muss echt richtig dringend scheißen. Warte ich mir kurz scheißen. Ich muss mal ein paar Hausaufgabchen machen. Halt auch. Oh. Oh. Ich muss mal was machen. Dann hab ich das erstmal fertig. Dann kann ich dich gerne mal eine Eier schaukeln. Ey, das würde ich auch machen an der Stelle. Ja. Dann hab ich bis. Bis Dienstag kann ich sie dann schaukeln, weil ich Dienstag dann schon wieder als nächstes abgeben muss. Geil, Lian. Aber auf jeden Fall. Ist besser als Breaking Bad. Breaking Bad, bitte. Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad, Breaking Bad. Ich weiß nicht, wo du bist, als ob ich dir das nicht sagen kann. Aber geh nicht ins Licht. Ich bin hier, wo Ölmaster 123 steht. Jo. Ach hier. Warst du schon gescheißen? Ne, musst du doch nicht. Ich dachte, du bist ja so ein Sweet-Scheißer. Ich war nur, ähm, Pisch an. Hat gefurzt. Ja, also, ich weiß nicht, ich habe mich draufgelegt. Ich dachte so, jetzt kommt es richtig, aber immer. Und der Quatsch. Du hast dann erlöst, instant. Am schlimmsten ist, wenn du irgendwie irgendwo bist und die ganze Zeit nicht scheißen kannst. Und du hältst die ganze Zeit auf und denkst so, boah, ich bin nicht zu Hause mit dem Scheiß, dass ich richtig hab. Dann bist du nach vielen Stunden zu Hause und dann furzt so einfach. Weil du hast die ganze Zeit zurückgehalten. Du seid mir gerade langgegangen. Rechts neben dir müsste ein Raum sein. Ah, lol. Da, ja. Da gerade, hey? Da müsste gerade zetteln. Oh, wie gemein, ey. Wie gemein. Ist gerade tatsächlich da fliegend? Was? Ich sehe euch schon wieder alle gar nicht mehr, ey. Seid ihr da? Da hinten bin ich doch. Ja, okay, dann wartet mal kurz. Weil ich ein bisschen hinterher... Da ist ja noch aufpassen, dass er den Sprung hier nicht versaut. Denn dann kann er nämlich die ganze Scheiße von neu machen. Echt? Ja. Ja. Manchmal so. Ja, wein genau so. Gucken wir mal, Alter, wenn ich hier unten auf den Block draufgehe, dann komm ich nicht hoch, ne? Hm, kannst du? Ja. Okay. Aber du hast halt keine Decke über... Keine Fehler, warum ist so weit runtergefallen? Ja, ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich bin... Ich bin ja extra weiter, ähm... Äh, links gesprungen, damit ich ja eben nicht gegenkommen bin. Ey, ich schwöre Kompetenzo. Ich will irgendwie ein bisschen... Kleines Mist play, ne? Boah, das ist ein bisschen ein Minus von Lagarde gewesen, alles. Kleines Fauxpas. Bist du ein Minus-Mensch? Ja. Ist dir gerade ein Lapsus unterlaufen? Loll. Folgt dir eigentlich... Folgt dir eigentlich StaggyB auf Twitter? Ja, klar. Hab mir extra deswegen einen Twitter-Account gemacht. Hä? Hast du Twitter? Ja. Warum? Weil ich kenn meine Daten nicht mehr. Ja, oder so gemacht. Junge, die Challenge ist mir echt ein bisschen zu kompliziert. Wo muss man jetzt hier wieder ran? Wo bist du denn, Junge? Warte doch erstmal auf uns. Wo musst du denn? Ja. Alles haben wir auch. Wo muss ich denn jetzt hin? Das ist mir ein bisschen zu obskur hier gerade. Ich hab's ne Tür. Ah, ich hab' nicht geschafft. Echt nicht? Doch. Junge, du bist so ein... Das interessiert ja eh keinen. Junge, alles haben wir cheater. Mir auch egal, Alter. Alles haben wir cheater. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich bin hier der Cheats. Der Cheats-Richter? Hallo, hallo, hallo. Alles haben wir uns wieder so am sabbeln, ey. Alles haben wir uns wirklich am sabbeln. Hub auf zu sabbeln, ey. Habe auf zu krass, Bane. Ja, Patrick, Maul zu. Wo geht's denn lang? Ja, wir sind falsch, Alter. Was sonst, Mann? Wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier ling ling lang lang? Lang 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 lang. Ist da long. Ah, mich da lober lober. Oh. Oh, das haben wir gleich so gar nicht drauf, ey. Oh, das haben wir gleich so gar nicht drauf, ey. Er hat so gar nicht drauf, ey. Was ist das? Ja. Ich bin sogar Psss. Mein Blutsch da. Bist richtig der Beta-Mensch, Lian. Hä? Versteh ich ja mal gar nicht, was ich da machen muss. Nee, da hab ich... Ja, ich bin King of the Hell, ey. Kannst du vergessen, ey. Junge, schipp dir doch deine Karotten ins Arsch. Hör auf die ganze Zeit, auf die ganze Zeit Unge zu sagen. Ich bin der Unge zum YouTube of the Year. Sag mal, wo habt ihr eigentlich das Foto her, was ihr mir für Unge geschickt habt? Und das von Dena und Unge? Ja. Das geht dich scheißdreck an. Bist ihr sicher, dass ihr die Rechte daran habt? Ja, aber ich hab extra nachgefallen. Zählt nicht, aber ich hab grad gechattet. Habt ihr... Habt ihr... Habt ihr... Habt ihr das her? Habt ihr ein Video einfach nebenan geklickt? Und dann... Wir haben einfach so ruhig in die Daumen sind rum durchgeguckt. Ey, was habt ihr gemacht? Daumen sind rum durchgeguckt. Und dann kam das gleich heute also. Hä, alles andere muss ich jetzt hier an die Leiter dran, oder was? Ja, keine Ahnung. Soll ich da hin? Chat kill. Junge, lass mich da erst mal gucken, wo ich dort hin muss, man. Jo, klar, Alter. Was ist das für ein Sprung? Hast du gerade Joko gesagt? Und danach hab ich auch noch Klaas gesagt. Ja, Joko. Weißt du eigentlich, wie viel Geld Joko hat? Und das dann rum? Ja, wir wissens, ne? Ja, wir wissens, ne? Ich wissens nämlich. Ne, das kann ich nicht mehr so sagen. 7 Millionen. Äh, echt? Wann 7? Mhm. Sind die nur 5 oder so? Habst du denn da weg? Nee, da geht gar nicht, wir müssen woanders bleiben. Nein, das geht. Ich bin doch hier oben, Alter. Du musst halt nur diese schwulen Spinnen gehen, dann bist du da. Muss ich in die Spinnenweben rein, oder was? Ja, du kannst ja da reinspringen, du bist halt nur langsam, aber du kriegst es trotzdem noch nicht. Oh ja, ne, dann mach ich das jetzt nochmal. Ja, nochmal. Oh. Ich bin hier durch ne Tür gegangen und komme leider nicht raus. Sollten wir uns halt machen. Junge. Was halt? Warum ist denn hier alles mit Spinnenweben voll? Und ich guck's. Das nervt mich nämlich. Ne, wir machen noch 10 Minuten, dann haben wir nämlich die 2 Stunden voll. Congratulations. Ja, wir haben's doch gemacht schon wieder. Ist das jetzt echt durch die Spinnenweben da durch? Ne, das hat er kaputt gemacht. Ich hab die weggemacht. Das ist doch blöd. Ja, ich hab die auch dahin gemacht. Ja, der Knopf macht ja gar nichts. Doch. Hat er dich geportet? Oh, ach so, lol. Ja, wow. Toll. Da war TNT angeschlossen. Da war TNT angeschlossen. Oh, lol. Was für ein Grad, da wär denn das gemacht? Boah, wenn du nach oben guckst, siehst du genau den Mond gerade. Also, wenn das kein Zeichen ist. Luminati confirmed. Auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss, bevor wir jetzt hier kommen. Ja, Leute, dann danken wir uns natürlich nicht fürs Zuschauen, die Ruhe im Sinne. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Geht doch mal bitte zu den ersten Videos und guckt. Klickt einfach nochmal drauf und dann könnt ihr euch einen scheiß Browser aufschießen und sterben geben. Da haben wir auch einen Klick, ihr euch schon sicher. Jaaaa. Klickt euch.